Und über Populismus spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Jan-Werner Müller, der an der US-Universität Princeton lehrt und zurzeit Gastprofessor in Wien ist. Und von dort ist er mir zugeschaltet. Guten Abend, Herr Müller. Guten Abend. Ist Donald Trump der Prototyp eines Populisten? Ganz sicher. Er behauptet ja, das haben wir immer wieder erlebt, dass er und nur er das wahre Volk vertrete. Er sagte, seine Kontrahentin war in seinen Augen korrupt, ja gar kriminell. Sie wurde völlig dämonisiert. Sie war in jeder Hinsicht illegitim. Weniger offensichtlich. Er hat von vornherein gesagt, dass all diejenigen, die nicht zu dem von ihm als wahr definierten, als authentisch definierten Volk gehören, irgendwie gar nicht dazugehören. Was aber auch heißt, alle, die ihn nicht unterstützen, gehören automatisch nicht dem wahren Volk an. Der Populist nimmt also nicht nur einen Ausschluss auf dem Level der Parteipolitik, wenn Sie so wollen, der Eliten vor, sondern auch immer gleichzeitig auf der Ebene der Bürger selber und, wie Trump das in gewisser Weise extrem getan hat, hetzt gegen Minderheiten. Aber wie konnte denn ein Multimilliardär, der selbst Teil der Elite ist, damit punkten, gegen die Eliten zu sein und sich dann als wahren Vertreter des Volkes zu präsentieren? Zwei Punkte dazu. Erstens, das Versprechen der Populisten ist ja nicht wirklich, dass sie wie alle anderen sind. Es ist naiv zu meinen, dass man ja nur mal sagen müsste, dass Herd Wilders beispielsweise seit 20, 30 Jahren im niederländischen Parlament ist ein Berufspolitiker par excellence. Ihr Versprechen ist nicht, ich bin wirklich wie ihr. Das Versprechen ist, ich als Einziger werde den Volkswillen wirklich umsetzen. Ich bin nicht korrupt im Fall von Trump. Ich habe sogar mein eigenes Geld. Deswegen können die anderen mich gar nicht beeinflussen. Also es geht nicht wirklich darum zu sagen, ich bin wie die anderen. Zweiter Punkt allerdings, es ist auch sehr wichtig, dass Figuren wie Farage und vor allem jetzt wieder Trump irgendwann den Segen von etablierteren Figuren bekamen. Farage hat das ja nicht alleine gemacht mit dem Brexit. Er hat seinen Boris Johnson, er hat seinen Michael Gove von den Tories gebraucht. Und Trump hat auch seine etablierten Republikaner wie Gingrich, Christie und Giuliani gebraucht, die gesagt haben, ihr Wähler der Republikaner, ihr mögt Bedenken haben bei Trump. Aber wir sagen euch, dass der schon okay ist. Denn es waren nicht nur alles Leute, die gegen das Establishment waren, die jetzt für ihn gestimmt haben. Es waren auch Leute, die gesagt haben, ich wähle immer republikanisch und ich brauche sozusagen auch die Bestätigung von ziemlich etablierten Figuren, die mir jetzt sagen, dass es auch mit Trump in Ordnung ist. Nun fragt sich ja jeder, wie Trump denn als Präsident sein wird. Es gibt ja das Vorher und das Nachher. Bleibt er Populist oder wird er verbal zurückfahren, sich verändern? Zumindest sagte er, er will jetzt Präsident aller Amerikaner sein. Natürlich ist das die Standardformulierung, die jeder Gewinner erstmal sozusagen vorbringt. Fast schon ein Klischee im amerikanischen Kontext. Ich sehe keinen Grund, warum er sich jetzt grundsätzlich ändern sollte. Er hat ja in gewisser Weise den Erfolg auf seiner Seite. Ihm ist immer wieder gesagt worden, wenn du diese Regel der Politik brichst, wenn du dieses Tabu brichst, dann wird alles vorbei sein. Er hat es trotzdem gemacht. Der Erfolg gibt ihm in Anführungszeichen jetzt recht. Warum sollte er sich jetzt grundsätzlich ändern? Er hat dadurch, dass er ständig Leute gegeneinander in gewisser Weise aufgehetzt hat, ständig geteilt hat, das Volk, Erfolg gehabt. Warum sollte er nicht so weitermachen? Herr Müller, noch kurz. Fakten und Argumente zählen ja für Populisten nicht. Das haben Sie auch angesprochen. Wie kann man denn Ihnen und Ihren Anhängern trotzdem mit denen reden? Wie erreicht man die Menschen wieder? Also ich fürchte, wir sind da mit der Diagnose des sogenannten postfaktischen Zeitalters immer etwas zu schnell bei der Hand. Die Fakten über das postfaktische Zeitalter sind so gar nicht etabliert. Es ist naiv zu meinen, dass die Fakten ja immer für sich selber sprechen würden. Nein, die sind oft Teil einer Erzählung, die transportieren auch gewisse Werte zum Teil, die sehen anders aus im Lichte verschiedener Erfahrungen. Es ist naiv zu meinen, dass man sozusagen ja nun mal sagen müsste, dass irgendwas so und so faktisch aussieht und schon mal gegen die Populisten gewonnen. Nein, man muss sie auch einbetten in eine Erzählung, eine hoffentlich pluralistische, tolerante Erzählung. Und man muss auch damit rechnen, dass zum Teil Populisten sagen, gut, wir haben aber eine andere Erzählung. Und damit kommt ja in der Tat damit Fakten nicht unbedingt sehr viel weiter. Vielen Dank für diese spannende Einschätzung, Jan Werner Müller. Ich danke Ihnen. Und das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Donald Trump und den Siegeszug des Populismus kommentiert jetzt Alois Theisen vom Hessischen Rundfunk. Leben wir tatsächlich im Zeitalter der Lüge, wie man den vornehmer klingenden Begriff der Ära des Postfaktischen übersetzen könnte? Ich denke, es ist nur der hilflose und untaugliche Versuch, die sich häufenden, unerwarteten Wahlentscheidungen zu erklären. Warum sollten sich Wähler heute leichter belügen lassen als früher? Oder verfügen wir nicht über mehr Informationsquellen als je zuvor? Und noch nie wurden Aussagen von Politikern so häufig und von verschiedenen Seiten überprüft wie heute. Nein, Lügen gab es in der Politik wie im Privaten zu allen Zeiten. Wer anderes behauptet, verklärt nur die angeblich gute alte Zeit. Wer den Wahlsieg von Donald Trump, das Votum der Briten für den Brexit und die Erfolge der AfD in Deutschland mit gutgläubiger Dummheit oder Broniertheit der Wähler gegenüber Fakten erklärt, der beweist für mich nur eines. Eine unerträgliche Arroganz gegenüber dem Souverän im Staate, dem Volk und damit auch gegenüber den Wählern und deren Vernunft. Die politischen Verhältnisse entwickeln sich vielleicht anders, als es manche Meinungsmacher gerne hätten. Aber womöglich leben sie selbst im Zeitalter des postfaktischen Sehen und verstehen die entscheidenden Fakten nicht, unter denen die Wähler leben und arbeiten. Und auch nicht ihre Sorgen, Ängste und manchmal auch Panik vor dem rasanten Wandel in der Welt. Mit Ängsten und Stimmungen wurde auch schon immer Politik gemacht, mit der vor der Atomenergie zum Beispiel. Was dort billig war, sollte auf der anderen Seite nicht falsch sein. Das Zeitalter des postfaktischen, es ist eine weitere hilflose Formel, hinter der sich nur eines verbirgt. Viele schlaue Welterklärer verstehen die Welt nicht mehr.